Hallo zusammen! In diesem Video heute geht es um eine Kaffeemaschinenhaltung im Kastenwagen. Solltet ihr Teetrinker sein oder Kaffee von Hand aufbrühen, wird euch das nicht interessieren. Alle anderen lade ich ein, unsere Lösung anzuschauen. Jetzt komme ich aber schnell zu euch rein. Mitte Januar, es ist sehr kalt draußen. Es geht also um die dauerhafte Platzierung einer Kaffeemaschine in einem Kastenwagen, der ja erfahrungsgemäß nicht allzu viel Platz bietet. Warum überhaupt eine Kaffeemaschine in einem Wenn und dann noch, wie in unserem Fall, eine Kapselmaschine? Nun, wir haben auf unseren Reisen mit einem gemieteten Wohnmobil, genauso wie viele andere auch, erstmal klassisch den Kaffee von Hand gebrüht. Filter draufsetzen, Filtertüte rein, Kaffee und dann ab in eine Thermoskanne oder in eine Tasse. Das hat uns nach kurzer Zeit schon sehr genervt. Warum? Erstens, manchmal drohte die ganze Konstruktion umzukippen. Das hätte eine Riesensauerei gegeben. Im Wenn ist ja nicht viel Platz und wenn man dann dran stößt an die Thermoskanne mit Kaffeefilter drauf, Wasser reinlaufen lässt, das umkippt, das gibt eine Riesensauerei. Zweitens, wir speziell auch Adriano trinken gern mal nur eine einzelne Tasse Kaffee. Das heißt also immer wieder das ganze Gedöns nur für eine Tasse Kaffee. Drittens, Adriano trinkt Kaffee mit Koffein? Ich ohne. Somit musste ich erst für Adriano Kaffee aufgrühen, danach für mich. Da vergehen schon mal gut und gerne 10 Minuten, bis man durch ist und Kaffee trinken kann. Also musste eine andere Lösung her. Schnell war klar, dass es eine Kapselmaschine wird, weil man da am einfachsten einzelne Tassen mitzubereiten kann. Wir hatten sowieso schon ein schönes kleines Exemplar als Urlaubsmaschine und das steht jetzt hier dauerhaft bei uns im Wenn. Voraussetzung für so eine Maschine ist natürlich, dass man, wenn man autark steht, so wie wir, einen Wechselrichter mit ausreichender Leistung und reiner Sinusspannung hat. Den haben wir ja letztes Jahr im März 2021 einbauen lassen und das war dann schon eine Riesenerleichterung. Wenn man Landstrom hat, immer an Landstrom steht, braucht man das natürlich nicht. Wie lief das also ab März 2021? Während der Fahrt musste die Kaffeemaschine natürlich sicher verstaut werden. Bei uns kam sie dann in den Kleiderschrank, woanders hatten wir keinen Platz mehr. Und wenn man Kaffee kochen wollte, musste man sie rausholen, stellte sie aufs Spülbecken, das dadurch blockiert war, hat den Kaffee gekocht und dann wieder weggepackt. Schnell war klar, dass wir einen dauerhaften Platz für die Maschine im Wenn brauchen. Ein Platz, wo sie auch während der Fahrt stehen bleiben kann und nicht dauernd verstaut werden muss. Weil unsere Maschine so schön schmal und auch nicht sehr hoch ist, kam mir die Idee, sie anstelle des Gewürzboards an der Seite zum Kühlschrank zu platzieren. Das Gewürzboard muss dann natürlich weg. Wir haben es hinterher doch wieder montiert, einfach unter der Kaffeemaschinenhalterung. Aber dort war eigentlich ein schöner Platz, wo sie wenig stört. Man muss halt nur darauf achten. Die Kaffeemaschine darf nicht zu breit sein, sonst kann man da drunter nicht mehr gut genug spülen. Und sie darf auch nicht zu hoch sein, dass die Halterung zu weit runter kommt, sonst kann man die Glasabdeckung von der Spüle nicht mehr öffnen. Ich schaue ja auch sehr viele YouTube-Videos und auf irgendeinem Kanal, ich meine es war der von Leni und Toni, habe ich in Erinnerung, dass dort der Toni mal so eine Acrylglashalterung für eine Kaffeemaschine gemacht hat. Also schwirrte mir relativ schnell ein Bild im Kopf herum, wie ich das machen möchte, wie ich das haben möchte. Und dann habe ich eine Handskizze gemacht und schon war die Idee geboren. Wir haben das Glück, dass einer unserer Söhne Mechatronik studiert und das nötige Wissen für 3D-Modelle hat. Er hat in einem CAD-Programm meine grobe Handskizze dann umgesetzt in ein schönes 3D-Modell und mit dieser Zeichnung konnten wir das dann genauso im Internet-Shop bestellen. Acrylglas auf Maß, auch mit Ausschnitten, bekommt man in vielen Internet-Shops. Das Selberbiegen mit heißem Draht war mir dann aber zu heikel, was wir ja hätten machen müssen. Ich habe aber einen Shop gefunden, der auch das Biegen übernimmt. Eine Woche später wurde schon geliefert und wir konnten es montieren. Das Gewürzbord musste natürlich weichen. Die bestehenden Löcher vom Gewürzbord haben wir dann genutzt, um die seitliche Anbringung der Halterung vorzunehmen. Was ihr auf gar keinen Fall machen dürft, falls ihr so etwas nachmachen wollt, die Löcher vom Shop schon vorab bohren lassen. Das müsst ihr also dann entsprechend vor Ort ausmessen und diese kleinen Löcher selber bohren, damit das auch zu den bestehenden Löchern passt. Das Gewürzbord haben wir übrigens später dann einfach etwas tiefer montiert. Das seht ihr dann gleich in den Bildern. Hier seht ihr jetzt die Befestigung oben am Schrank. Rechts seht ihr die Abdeckung der 230-Volt-Steckdose von Adria. Links daneben ist nun das neu eingesetzte Brett, das wir zur Befestigung der Kaffeemaschine nutzen. Der Holzboden des Oberschranks erschien uns zu dünn. Zu dünn sowieso, um einfach nur mit Holzschrauben zu arbeiten. Aber auch bei den Maschinenschrauben wären wir uns nicht sicher gewesen, dass die Dicke des Bodens dazu ausreicht. Also haben wir dieses zusätzliche Brett reingesetzt, um das Gewicht über die ganze Tiefe des Schranks zu verteilen. Haben zwei Bohrungen für die Maschinenschrauben gesetzt. Zusätzlich noch Unterlegscheiben darunter. Und jetzt hält das Ganze bombenfest. Vor der Maschine auf die Acrylglashalterung haben wir einfach ein kleines Silviemagnetpad gesetzt. Da stehen die Tassen jetzt, wenn wir Kaffee rauslassen, ganz sicher. Da kann also nichts verrutschen, wenn man mal vorbeilauft und mit dem Arm hängen bleibt oder so. Sehr sicher beim Kaffee rauslassen. Diese Lösung ist für uns einfach perfekt. Passt sicher auch in andere Vans, dann vielleicht nur mit anderen. An alle, die jetzt schimpfen, weil wir Kaffeekapseln benutzen. Ja, verpackungstechnisch sind wir damit kein Vorbild. Wir recyceln aber die Kapseln nach Benutzung. Wie gesagt, es ist das einzige System, wo man einfach mal schnell nur eine einzelne Tasse rauslassen kann. Wie gesagt, wir recyceln das. In der Schweiz ist das sogar ganz toll gelöst. In der Schweiz wird Aluminium immer extra recycelt. Dort gibt es sogar teilweise in einigen Gemeinden extra Sammelstellen nur für diese Aluminiumkapseln. Das können wir also dort gut entsorgen, wie in Deutschland über den gelben Sack. Wir trennen unseren Müll hier im Van. Ganz akribisch, Restmüll und gelbe Sackmüll und und und. Und so können wir das gewährleisten, dass das halbwegs umweltfreundlich, wenn man das bei Alu überhaupt so sagen kann, entsorgt wird. Es ist eben einfach schön, nur einzelne Tassenkaffee machen zu können. Und es schmeckt uns auch sehr gut. So, jetzt habe ich Lust auf einen Kaffee kommen. Ich mache mir mal ein. Es geht nichts über einen gescheiten Kaffee im Van. Die Halterung hat uns übrigens ca. 115 Euro gekostet. Wenn ihr weitere Fragen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare oder schickt mir eine Mail. Tschüss, bis zum nächsten Mal. ZEIN exakt . . . . . . Untertitelung des ZDF, 2020